Hallo zusammen, ich zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Ebenvolle Aufgabe anzunehmen bei Kabel für Bitzhafen in das Sturmsanktal. An dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und darf nun 10 Getreidesäcke sammeln. Diese liegen hier verstreut in der Gegend. Einfach mit der rechten Maustaste anklicken. Es sei denn, ihr habt die Option gewählt, dass ihr es auch mit der linken Maustaste könnt, dann natürlich auch mit der. Aufmachen, den brauche ich gar nicht momentan, weil die liegen ein bisschen dicht zu sammeln. Also sollte kein Problem sein, die zu sammeln. 7 von 10 und 8 von 10. Gleich habe ich es. Und wir seht, hier sind noch weitere. Da unten. So, damit ist die Quest bereit zur Abgabe. Das macht man an dieser Position. Lauf also diesen Hang hinunter. Gleich bin ich da. Ich darf in dieses Gebäude hier hineinlaufen. Die Quest ist abzugeben bei Kabel für Bitzhafen in das Sturmsanktal an dieser Position. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.